so jetzt werde ich das macbook so lange quälen bis es seinen lüfter anschmeißt ich bin mal gespannt ob mir das gelingt so hier haben wir das macbook pro und ja das ist das neue modell und ich bin gespannt ob das klappt ich habe jetzt erst einmal hier ein logic song am laufen dann werde ich facebook an facebook facetime anschmeißen so damit wir die interne kamera am start haben dann rendere ich im hintergrund ein video mit resolve so rendern wir ändern jetzt ein hd video im hintergrund haben einen fetten song am laufen das ist der falsche song aber egal okay sollte jetzt können dann gucken wir mal aktivitätsanzeige wie weit wir da jetzt schon am start sind cpu zeigt noch gar nichts anders doch hier system drei prozent benutzer 13 prozent inaktiv 82 prozent okay dann müssen wir noch mehr tun was können wir tun wir machen eine bildschirmaufnahme würde ich sagen mit quick time quick time player abbrechen bildschirmaufnahme und nehmen wir mal eine filmaufnahme ist noch brutaler ups so jetzt kommt jetzt haben wir am laufend facetime wir haben ein video was rennen das ist schon fertig rennen wir noch mal so wir haben ein song am laufen der diese auslastung hat und wer eins dieser Vorläufermodelle hat vom MacBook Pro mit dem i7 oder i9 der weiß, dass er jetzt schon längst der Lüfter am sausen ist und hier bleibt alles still Aktivitätsanzeige ok jetzt sind wir immerhin schon mal bei 40% auslassen, es ist gar nicht so einfach hier den Rechner auszulasten aber normalerweise ich kenne das von FaceTime auf meinem alten Rechner, der geht meistens der Lüfter relativ zügig an, wir haben jetzt hier FaceTime QuickTime Aufnahme gestoppt, machen wir nochmal eine Aufnahme gar kein Problem Bildschirmaufnahme können wir ja mal machen nehmen wir mal ein Bildschirm auf gehen hier in Logic tja ich sag mal das wird schwer hier den Rechner dazu zu bringen den Lüfter anzuschmeißen denn da ist er auch schon wieder fertig hier mit dem Rendern also der Knabe hier der ist wirklich schnell und ist sehr sehr schwer den hier in die Knie zu zwingen 40% Auslastung Logic Song am Start FaceTime QuickTime Bildschirmaufnahme wir rendern hier wie man sieht im Hintergrund ein Video also ich bin mir mal sicher dass dieser Rechner hier lange 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 brauchen wird bis der hier mal einen Lüfter anschmeißt ob das überhaupt gelingt da bin ich mir gar nicht sicher Tschüss